ja tiefster winter in deutschland und da sagt mir noch einer ist keine zeit für cabrio das perfekt so soll das sein mein name ist peter dornheim von den usk buddies und ich freue mich echt euch heute im dezember ein cabrio zeigen zu können einen wunderschönen chrysler so wie er hier schon vor euch steht der mich echt begeistert von der formgebung wir haben hier ein 68er chrysler newport cabrio riesengroßes auto so schätzungsweise 5 meter 60 5 meter 70 lang zwei meter breit sind sehr alle aber hier haben wir wirklich ein unglaublich tolles massives auto zweitürig ganz gestreckte kantige form 68er ist eh eins der baujahre die ich persönlich präferiere weil sie halt in diesem baujahr unglaublich viele tolle modelle hervorgebracht haben die amerikaner und so auch dieses chrysler newport cabrio in dieser außergewöhnlichen farbgebung in diesem hellen gelb was dem auto außergewöhnlich gut steht ich weiß viele stehen auf dunkle fahrzeuge schwarz oder ähnliche ich auch keine frage aber diese helle farbgebung tut dem auto unglaublich gut in der gesamten anmutung das auto wirkt im straßenverkehr tun sie eh alle die amies weil halt niemand so was im deutschen straßenverkehr üblicherweise sieht und erwartet fallen wir mit diesen autos halt immer sehr positiv auf in dieser farbgebung noch mal umso mehr newport heißt das auto hatte ich schon erwähnt allein solche solche details solche schriftzüge das ist alles nicht mehr super neu und super restauriert sondern es ist halt an die 56 jahre alt das auto aber allein solche schriftzüge damals in der form gemacht zu haben finde ich einfach unglaublich schön anderes highlight wo wir gerade auf dieser seite sind sind diese sogenannten fenders skirts ihr seht hier diese diese verblendung des radhauses das kann man mit einem griff das ist nur geklemmt kann man das rausnehmen aber das streckt halt diese gesamte linie und zieht diese linie halt am fahrzeug auch durch zur demontage des rades nimmt man das einfach raus da kommt man bequem dran optisch macht das unglaublich viel her ja zu der äußeren farbgestaltung habe ich gerade schon was gesagt das ganze zieht sich im innenraum fort wir sehen das hier wir haben ja auch eine helle kunstleder bepolsterung die ist noch komplett im original nicht super neu oder restauriert sondern so wie sie halt vor 56 jahren irgendwann mal war und sich im laufe der zeit dann halt auch ein bisschen patina mäßig angeaucht hat absolut stimmig richtig schön sehr gut gepolstert noch gesehen der teppich zum beispiel das auch noch im einwandfreien zustand wir haben ja keine risse im dashboard das armaturenbrett ist der knaller überhaupt guckt euch das mal an dieses lang gezogene was sich auf der beifahrer seite widerspiegelt ist doch überhaupt der hammer lichtschalter die so funktionieren das zieht sich halt vor alle anderen schalter sind in ähnlicher art und weise angeordnet das gleiche gilt auch für das elektrische kabrierdach das zeige ich euch gleich noch mal wie das funktioniert also das hat für mich enorm viel style das ist halt späte 60er jahre sensationell gemacht auto fährt sich richtig schön ist riesig groß das macht es aber nicht unkomfortabel weil durch diese eckige form habe ich eine sehr sehr gute übersicht ich habe vorne auf den kotflügel noch die zusätzlichen blinker indikatoren die mir gleichzeitig aber auch noch mal so ein bisschen anhalt geben was die breite angeht und das auto wirklich sehr gut manövrierfähig machen das gleiche gilt auch für die hintere geschichte also es lässt sich wirklich gut bewegen auto ist zwei meter breit 5 meter 70 etwa lang das tut dem menschen aber kein abbruch macht riesen spaß ja schaut euch denn den innenraum noch mal ein bisschen näher an haben wir auch einen enorm guten zugang nach hinten das heißt also für die hinteren passagiere kann ich den sitz nach vorne klappen wie wir es ja gerade hier sehen und wir sehen teppich einwand zu einem zustand richtig viel platz in dem auto ja noch jemand der mich fährt bei diesem herrlichen wetter in dem cabrio hinten offen sitzen besser geht es kaum möchte ich aber gerne noch von der außenseite auch noch zwei highlights zeigen mal am heck des fahrzeugs weil ich das styling so sensationell finde wir haben hier diese schmalen rückleuchten und wenn ihr seht geht das von der mitte nach innen rein das ist so ein bisschen konvex konkav wie auch immer sich das stimmt sieht auf jeden fall genial aus diese ganze eckige anmutung finde ich sehr sehr schön und wenn wir das gleich uns jetzt vorne ansehen dann werden wir feststellen das sieht sehr ähnlich aus oder spiegelt zumindest diesen effekt wieder auch da haben wir die spitze die dann sehr weit nach innen rein läuft zu den scheinwerfern bin ich unglaublich schön dass man sich sowas hat einfallen lassen und auch umgesetzt hat das hat echt style also ich finde tatsächlich egal aus welcher perspektive man sich dieses auto anschaut das unglaublich stylisch unheimlich reizvoll ich finde das wirklich sehr sehr schön stellt euch einfach nur diesen genuss vor bei solchem schönen sonnenwetter mit dem auto ein bisschen durch die gegend zu kosen das ist unbezahlbar wobei dieses auto tatsächlich nicht unbezahlbar ist sondern wir freuen uns immer wieder wenn wir es schaffen oder der chris in amerika es schafft für uns solche schönen autos zu kaufen die wirklich im tollen zustand sind und die sich aber auch noch bezahlen lassen die preise explodieren mittlerweile auch in amerika das gleiche spiegelt sich natürlich auf dem deutschen markt wieder gute bezahlbare autos zu finden ist extrem schwierig geworden ich bin ich mir echt stolz und froh wenn wir sowas dann wieder haben kaufen können und euch hier anbieten können ja schauen wir uns mal das herzstück des autos an v8 motoren sind halt unser ding und hier haben wir tatsächlich wieder einen riesen motor verbaut komplett im original nichts verbastelt 6,3 liter v8 motor mit circa 290 ps plus minus fährt sich dementsprechend schön das auto weil leistung ist immer da aus dem drehzahlkeller unten herum langsames durch die gegend gleiten ist hiermit komplett gegeben auto ist wie ich gerade schon eben sagte nicht verbastelt alles im original halte ich mir für ganz ganz wichtig bei solchen autos weil sobald daran gearbeitet worden ist speziell dann wenn man an die elektrik geht die eigentlich relativ simpel ist lässt sich sowas aber auch schnell verbasteln und führt dann zu fehlern die man halt auch nur ganz schlecht wieder korrigiert bekommt hier alles schön immer gut in stand gehalten man sieht hier sind zum beispiel neue zündkabel verbaut worden die zündspule ist neu beziehungsweise die verteiler kappe ist auch neu das heißt auch hat wartung bekommen so wie das sein soll und dementsprechend läuft es auch das zeige ich euch jetzt mal ja wie er feststellt ganz kurzer schlüsseldreh auto springt an läuft auch sofort recht ruhig jetzt werden viele sagen der macht aber komische geräusche völlig zurecht weil der ausbruch ist nämlich und ich das muss man noch reparieren deswegen hört sich das im moment ein bisschen unschön an mutter läuft aber super gut wie gesagt springt auch kalt und warm immer gleichmäßig gut an hat was da muss von hinten auch mal an ich weiß nicht ob das rüber kommt auf dem video wenn ich hier davor sitze der vorknie und mir das anhöre bin ich immer total begeistert ich mag diesen ami v8 blubber sound auch wenn er so wie hier relativ dezent ist das muss ja nicht immer rollig laut sein zu manchen autos passt das keine frage aber zu solch einem edlen cabrio darf es genau so sein wie es hier ist ja da wir gerade den motor laufen haben und die batterie nicht unnötig belasten wollen zeige ich euch auch mal die verdecksfunktion da ist dann hier wieder solch einen schönen schalter und das gesamte verdeck lässt sich auf knopfdruck öffnen und schließen ich habe dann hier vorne noch zwei halter die ich dann noch arretieren muss wo genauso geht es nach auch wieder auf das heißt innerhalb weniger sekunden hat man das volle offene fahrvergnüge ok was fehlt uns noch den kopf warum habt ihr noch nicht gesehen wie wir das jetzt schon erwarten und kennen amerikaner haben immer einen riesen koffer rauben das ist hier keine ausnahme ich zeige euch das mal ja wie zu erwarten war wie ich euch versprochen habe platz ohne ende ihr seht hier gibt es noch fußmatten gummi fußmatten die ich bewusst raus genommen habe um euch auch den schönen zustand des teppichs zeigen zu können und genau das reserverad mit dem wagenheber der ist auch noch komplett vorhanden ihr seht der vorbesitzer hat sich auch darum bemüht immer alle flüssigkeitsstände aufrecht zu halten ölgetriebeflüssigkeit ist da was nicht heißt dass es verliert aber es halt zumindest vorhanden und für den fall der fälle kann man immer schnell nach legen ja wie ihr wahrscheinlich schon wahrgenommen habt steht das auto lacktechnisch wirklich richtig gut da ist aber auch dem umstand geschuldet dass das auto schon mal neu lackiert worden ist und für amerikanische verhältnisse wirklich richtig gut lackiert worden es ist nicht mehr original farbton original war das auto mal gülden jetzt ist es halt diesem hellen gelb was ich wie ich von eingangs gesagt habe hervorragend finde weil es dem auto super gut steht gerade in der kombination mit der hellen innenausstattung und mit dem hellen dach welches ja vorhin auch schon im geschlossenen zustand gesehen hat weitere besonderheit diese autos sind auf dem deutschmarkt extrem selten und rar und selten zu sehen aber dieses auto insbesondere gibt es tatsächlich nur 2800 mal das heißt es ist 2864 mal produziert worden in dieser ausstattung als cabrio ich weiß nicht wie viele davon es existen wie viele davon noch existent sind auf dem deutschen markt werdet ihr den wahrscheinlich gar nicht sehen das heißt also wenn ihr damit zu einem treffen fahrt habt ihr auch die einzigartige situation ein wirklich seltenes ungewöhnliches auto dort zu bewegen und nicht einer von vielen zu sein ich finde das immer ganz ganz schön wenn man nicht 15 gleichartige autos in reihe stehen hat sondern wirklich mit etwas außergewöhnlichem dort auch vorfahren kann ja was wollte ich weiterhin sagen ich finde das auto super schön fährt sich schön die nächste saison kommt bestimmt und ich bin auch sehr zuversichtlich dass wir in der nächsten saison auch wieder diverse autotreffen haben werden wo man sehr schön mit solch am auto hinfahren kann aber auch wenn es nur die fahrt zu eisdiel ist am sonntagnachmittag mit der familie oder mit den kumpels mal ein bisschen durch die gegend zu cruisen ist das doch perfekt besser geht es nicht ich freue mich wenn ihr euch einfach mal bei mir meldet ihr könnt euch das auto jederzeit hier in dortmund ansehen probefahren ruft mich einfach an ihr findet alle informationen zu dem auto also auch zu weiteren autos die wir noch im angebot haben und den sonstigen dienstleistungen wie wir euch bieten unter www.uskbuddies.de mein name ist peter dornheim ruft mich hier in dortmund an wir vereinbaren uns sehen uns hier gucken uns das an und haben spaß miteinander habt eine gute zeit bis dann macht's gut ich bin und